So, ich war in Kalifornien und ich wollte Kalifornien-Music spielen und ich habe ein sehr schöner Kalifornien-Stück gefunden. Das ist ein Stück von einem Cellist aus San Francisco. Er heißt Mark Summers und er spielt mit einem Streichquotett, The Turtle Island Streichquotett. Sie spielen meistens Jazz auf Streich-Instrumenten und dieses Stück heißt Julie O. Ich wollte, das ist Julie Oh My God heißt, aber leider nicht. Aber ich wollte dieses Stück in meinen Vorstellungen spielen, so ich habe Mark Summers eine E-Mail geschickt und ich habe ihn gefragt, das ist möglich, und er hat nach einer langen Zeit angevortet, nach drei Monaten, ich glaube, und ich habe eine E-Mail gekriegt und er hat nur gesagt, sure, nur das, sicher. So, das war nicht schwer und jetzt, ich habe, und ich habe ein bisschen Kulture shock. Ja, er war in Bonn. So, hier ist Julie Oh, und um, as they say in America, I think this piece totally rocks. Das war nicht. 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 Musik 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 Musik